Wir haben jetzt neue Nägel. Meine sind schon ziemlich rausgewachsen und ich brauche natürlich passende für den Urlaub. Deswegen ab ins Nagelstudio. Das ist das allererste Mal, dass ich mir selber meine Nägel ausgesucht habe. Und Leute, das war ein Fehler. Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich machen soll. Jedenfalls wurden sie erstmal meine Nägel runtergenommen und dann neue Tipps draufgeklebt. Ich wollte sie eigentlich diesmal ganz kurz machen, aber ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Deswegen sind sie jetzt so halb kurz. Dann kam wieder das Acryl drauf und ich finde das jedes Mal so faszinierend, wie die das machen. Funktioniert das überhaupt? Man mischt einfach eine Flüssigkeit mit diesem Sand und dann wird das hart. Das Einzige, was ich heute wusste, ist, dass ich pinke Nägel haben möchte. Mit dem Rest hat mir sogar das Nagelstudio geholfen und zwar haben sie mir diese Blümchen hier empfohlen. Und ich war sofort begeistert, weil ich meine, schaut mal, wie süß die sind. Die wurden einzeln und in mehreren Farben aufgeklebt und das ist auch schon das Vorher und das Nachher. Oh mein Gott, so schön und perfekt für die Malediven.